Die Doolittle ist durch ihre Baugröße bestens geeignet für allerhöchste Präzision bei der Bearbeitung von kleinen bis kleinsten Werkstücken. Das flexible Baukastensystem bietet verschiedenste Maschinenvarianten auf einem sehr kompakten Bauraum. Heute möchten wir Ihnen die Bearbeitung von gehärtetem Material 1.3505 auf der Doolittle zeigen und haben hierfür den Werkzeugexperten von DDS im Haus. Hallo Herr Wittig. Hallo Herr Kremer. Als Hersteller von Diamant- und CBN-Werkzeugen haben wir zur Bearbeitung von verschiedenen Werkstoffen fünf CBN-Sorten in unserem Katalog. Für diese Hartbearbeitung empfehlen wir unsere CBN-Sorte H. Diese zeichnen sich aus durch hohe Verschleißfestigkeit und gute Oberflächen am Bauteil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017